Letzten Eckhock Wie ist einfach, wie niemand mich sieht Was gehabt Freunde Euer André Und herzlich willkommen zum Weiß weiß ich wie vierten Tag Vom Bad Wars Jahr Zusammen mit dem Jason Hallo Und natürlich mit mir Ich bin ja hier immer der Hauptdarsteller Ja, ja, ja Mein Projekt Du der Hauptdarsteller Alles klar Ja und wer kriegt die Anmoderation nicht gebacken Halt einmal Ja Oh, schon eingeholt Du bist wieder so in Sucht Wie der O Nein Nein, gib Danke Der oben bei dem Drecks Gold steht Und wo ist das Scheißgold? Oder gell? Naja Ich muss grad schreiben Deswegen Aha Mit deiner Carina Wie alt ist die eigentlich? Sechzehn Wo wohnt die? In Ebner Ja, hab ich schon gesagt Wie heißt die mit Nachnam? Ja, alles klar Was? Alles klar, ja Das ist überhaupt nicht So bist du oben oder was? Sie spielt Sie spielt Hey, hallo Seid mal Shut up dein Maul Ich zeig dir gleich Warum ich Auf dem Planet bin Und du nicht Ey, ich verstehe nicht Hab ich jetzt ein Skin? Nö Ich nicht Nö Jetzt geh mal weg Das regt auf Ich brauch nur noch ein paar Ein paar Ja, zieh Eins brauch ich noch Dann kann ich mir Goldschwert machen Dann gib mir eins Ich hab keins Ja, und wenn Dann geben wir eins Ach, komm, Alter Hast du jetzt eins? Nein, ich hab keins Jetzt kriegt das wahrscheinlich Alles der andere Arsch, Alter Das sind jetzt vier, drei Denken Ja Spongebob Das ist schon Ich auch Es kam, Alter Eins Mann, Alter Ja, jetzt gib mir bitte Gib Ich hab keins Doch, du hast Gib her, bitte Ja, der App hier ist da Ja, dann gib her Hier Lauf zurück Hier Da, hier Der Heistens Jetzt geh weg Schade auf dein Maul Und verpiss dich Du hast tot Ein halbes Herz Ich hab halbes Herz Ne, ich verstehe nicht Warum ich auf diesem Planet bin Bin, bin, bin Plane, bin Plane, bin Ha Da 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 merkst du Das 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 Weißt du, sowas, du musst alles rausschneiden eigentlich. Doch, weil so ein Scheiß zu niemand hören, Alter, das ist einfach unnütz, das ist Dummheit, Dummheit des Lebens. Ja, ja, sehr ruhig, sehr ruhig. Ich sing nicht. Das ist Dummheit des Jahrhunderts, Alter. Ja, ja, ja. Ja, das ist so. Ist so. Das ist so, das ist so. Und da kommt wieder ein Bauer zu fahren. Dumm Ulrich! Du findest nicht die eine da geil. Ja, aber die ist schon wieder weg. Die ist schon wieder weg vom Hof. Aber die ist echt richtig toll. Ich hoffe, die sind jetzt immer zusammen. Dann besuche ich den. Und kaufe ihm den Hof ab, halt. Ist das seiner oder ist das nur die Mieter? Klar ist es seiner. Jetzt gibt es so, damit sie den Hof nicht. Dein. Jetzt geh doch weg, du Fixer, weißt? Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! André, du gehst jetzt hier weg! Nein! Du gehst jetzt hier weg! André, unser Bett! André, unser Bett! André, unser Bett! André ist nie gern! André ist nie gern! André ist nie gern! André ist nie gern! André, unser Bett! Da liegen 2 Gold, da liegen 2 Gold Wieder einmal 2 Gold lang Ja und ich hab ja Ich hab ja ein Gold André komm hier runter, André Oh mein Gott Habe ich den getötet? Wo ist der? Oh mein Gott Nein, nein, ich bin nicht Mit der Bimp, ich hab mal Lauf, 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 lauf Ich bin tot Ich hab gedacht, der zieht mich nicht Naja, geh raus, ich bin drin Alter, was kann los, ne? Ich versteh nicht warum ich auf diesem Platz bin Was gehört? Das ist Sonne Du hast doch den Scheiß erfunden Er wird von der Gamescom So Du hast doch den Scheiß erfunden Du hast doch den Scheiß erfunden Das ist so süß Ich versteh nicht So, es geht los, was ist denn auf der Map Vulcano? Oh ne Ich will, dass Rudion kommt Das ist so süß War mir natürlich klar, dass das passiert musste Ja Das ist so süß Ich finde es Fertig Was Ich bin Du bist Du bist Du bist Du bist Du bist Es ist ein Schreck. Komm, da kommt, da geht's. Ich möchte, wie das Blöcke der Blöcke ist. Blöcke. Blöcke. Oh nein, ich hasse nicht mal wenige Scheiß-Sportler da oben, Alter. Da ist mein Todstürzen. Das ist so ein Mittelteil, dich gehst du hoch, Alter. Ja, deswegen hab ich keine Morde auf dir, Alter. Ich stell mich jetzt hier ans Eck und dann passt es. Weg mit dir, du Opfer. Oh, du bist ausgerutscht, du Opfer, weg. Alles weg, zack, 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 alles ab. So. Geh nicht da hoch, du Drecksopfer. Ja, jetzt ist mit mir egal. Zack. 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 Shut up that mouth. Doppelschein, Dreiecks, Dreiecks, Dreiecks. Opser, 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 Opser. Das kann ich ja gut sagen, die Folge ist die schlimmste, die wir je hatten. Warum? Ja, kann ich dir nicht beantworten, wieso. Ist auch ganz schwer zu übersehen. Opser. Hör jetzt auf mit dem Scheiß. Hör auf, du trägst Opfer. Ja, ich lass dich nicht da hoch. Ich verstehe nicht, warum ich auf diesem Plan bin. So am Ars, so am Ars, so am Ars und wir. Jetzt müssen wir nur noch danach das Monster aufmachen und dann geht's ab. Hast du Monster in der Tee? Nö. Äh, wie nö. Warum dann das Monster aufmachen? Jetzt tschüss, du Fickshack, Mann. Ich hab den ins Runde getan. So ein Ars, ich hab den Ars, ich hab den Ars nicht neu. Ich mach den Gerticht nicht fertig Ich mach den Gerticht nicht fertig Ja Mosse ist eine Mutterfahrer Ich hab mal Faser verloren Ach ne, ach nein, fick dich Fick dich Ok? Fick dich, ja? Stopp! Fick dich! Ist schon unser Bett weg, ja endlich, aber niemand sieht mich mal im letzten Eckhock. Es ist einfach, wie niemand mich sieht. NEIN! NEIN! Der sieht mich einfach nicht! Du warst 20 Zentimeter neben mir! Oh! Es sieht so süß aus, wie es in der Nase, oh! Und er sieht mich einfach nicht, oh mein Gott! Oh, guck ihn an! Die sehen mich einfach nicht, oh mein Gott! Oh! Oh! Ich finde dein Skins so geil, oder? Oh! Weißt du bist 20 Zentimeter? Das ist ein Schaaf, du bist verraten! Ja! Schade! Aber er hat mich nicht gesehen! Auf, Freunde, ich würde sagen, das war's! Ich würde nicht sagen, das war's, wenn ich zuvor gehe. Wenn es gefallen, dann drückt ihn doch rum. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Machs gut. Tschau!